So, guten Morgen ihr Lieben. Heute würde ich euch gerne mal was zeigen. Auf unserer Seite. Leila, was russest du denn so? Ja, ich habe mich erkältet ein bisschen übers Wochenende. Ah, hast du ein Zucht bekommen? Leider, ein bisschen. Weißt du was? Pass auf. Ich habe da vor kurzem etwas ganz Tolles bekommen. Okay. Das ist Lavendelöl von Naturarten. Mhm. Und gurgle das mal. Das hilft ja nämlich. Das hatten wir auch noch öffnen letzte Woche. Hier, schau mal. Wie mache ich das? Einfach ein bisschen was in den Becher rein. Reicht das? Ein bisschen mehr. Wunderbar. Okay. Genau. Und dann einfach gurgeln. Ich lache nicht. Ja, schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ja, das hilft halt so einem kratzigen Hals und wieder ein bisschen Freudigkeit zu geben. Okay. Und hilft ja. Gar nicht schlecht. Werde ich vielleicht auch länger jetzt benutzen. Ja, kannst du auch behalten. Super. Lavendelöl von Naturarten. Ein kleines Heilmittelchen bei Erkältungen. Genau. Mein kratzigen Hals. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.